Dankeschön, ihr ersten Kirchen, Dankeschön, Yamatami. Wie gesagt, aktuelle Technologie wird natürlich jetzt von Yamatami unterschrieben, ganz klar. Erst gibt's Autogrammkarten, ja, und dann gibt's sogar noch Fotos. Erst bekommt jeder von euch einen Autogrammkarten von uns, so wie jeder von uns hierhin unterschrieben hat, und dann machen wir alle schöne Fotos. Das ist ja wunderbar, lieber Tama. Da freut uns sehr, es geht gleich los, wir müssen ganz schnell umbauen, wir müssen noch ganz schwere Tische holen, wo Yamatami dran sitzen werden. Es geht dann hier drüben einfach rum, ja, einfach so rumkommen dann, wir tun die Tische auf die Bühne, und hier drüben geht's dann wieder raus, ja, so ist es. CD wegnehmen, mit, unterschreiben lassen, und dann an den Service Center bezahlen. So funktioniert das heute. Wir dürfen nochmal darauf hinweisen, 9.9.2011, die neue Single von Yamatami. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr vielleicht die Single hofft. Okay, also, Dankeschön, Gelsenkirchen, und gleich sehen wir uns zur Autokampfstunde.